So, wen haben wir denn da? Das ist Drelon? Ne Drelon, du suchst noch, ne? Seine Geschwister haben beide schon was gefunden und reisen dann jetzt auch bald aus. Und er hätte noch gern jemanden. Ne, schau mal da. Oh doch, ja, ja, ja. Der Ball, nicht ganz. Ja, der Kleine. Er ist das erste Mal draußen. Mit Geschirr auch. Macht er echt gut. Ist auch gleich mit der Leine mitgegangen. Also, war problemlos, ne? Du süßer, du süßer. Sehr super. Schnell ist er auch. Trotz kleinen Beinen. Ne, du. Weg ist er. Durchtruf. Ne, komm, da. Wow. Reinig. Der hat Drelon. Kann ausreisen. Der hat Drelon. Die Drelon. Der hat Drelon.